Eine erfrischende Unterhaltung bei einer neuen Folge von 2M hoch 2 wünscht Ihnen die Spezialbierbrauerei Forst. Herzlich willkommen bei 2M hoch 2. Das Jahr 2014 geht zu Ende. 2015 steht vor der Tür und wir sind heute Gast bei einem besonderen Menschen, ein ganz ganz junger Mensch und wir schauen welche Zukunft denn vor ihm liegt. 2M hoch 2. Vi traghetta, per così dire, dal 2014 al 2015. Siamo a Bolzano, ospiti di un ragazzo che ha scelto una professione particolare. Andiamo a scoprire il suo piccolo, grande segreto. Ciao, Matteo. Ciao, André. Hello, Gens. Benvenuti. Herzlich willkommen. Molte mi dicono, che sono un più giovane, asseguire mi passione. Ja, halt, viele sagen mir, auch wenn ich auch noch von vielen bin, dass ich da jüngste bin, der was die Leidenschaft nachgeht. Se volete vedere cosa faccio, venite con me. Wenn er es jetzt wirklich wissen will, was ich wirklich mache, dann solltest du jetzt mit mir mitkommen und sage ich sein. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Forse è cominciato a capire qual è la passione di Kenneth, tra pochi istanti vi sveleremo questo piccolo segreto. Ja, wir sind jetzt ein Schritt näher um die Passion von Kenneth kennen zu lernen. Grazie a tutti. Questa è la mia passione. Questo è la mia leidenschaft. Ma adesso dovete andare, perché devo andare avanti con la serata. Ciao a tutti. Buon anno. Buon anno 2015. Buon anno. 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 Buon anno.